Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play Reihe und zwar von Company of Heroes 2. Lang lang ist es her, dass es erschienen ist und immer noch ein richtig geiles Spiel, das ich auch selber sehr sehr viele Stunden gespielt habe. Jetzt auch für YouTube und auch mal für euch. Alles allererstes mal ein paar Runden im PvE, bevor dann PvP gestartet wird, Spieler gegen Spieler. Am Anfang wird schwer eingestellt, denn Experte ist noch zu krass nach einer kleinen Pause, wo ich hatte. Aber wir spielen hier um Siegmarken und zwar 500 Punkte und natürlich, wie kann es nicht anders sein, wir spielen euch Stalingrad und das passt natürlich zu den Russen und das wird unser Gegner. Wir haben dabei der Elite-Trupp-Doktrin, den Jäger-Invertrie-Doktrin und den Kessel-Doktrin. Des Weiteren das Schwer-MG, 3% Durchschlagskraft, MG42, 4% erhöhte Feuerrate und MG42 laden 10% schneller nach. Mein Lieblingskommandant der Elite-Trupp mit den Blendgranaten, Leicht-Jäger-Invertrie und natürlich super toll Sturmtruppen und fürs Late-Game das Tiger-Ass. Die anderen zwei spiele ich nicht so oft, aber egal. Spiel wird gestartet. Falls euch auch Company of Heroes 2 richtig gefällt, dann abonniert doch diesen Kanal, es werden noch viele, viele weiteren Videos dazukommen oder schaut auch mal meine anderen Let's Play rein an. Vielleicht ist ja das ein oder andere Video oder Spiel dabei, das ihr auch richtig nice findet. Start. Was wollen Sie? Gleich drauf, gleich drauf. Grenadiere. Nein, zuerst die MG-Truppen, die die Gegner unter Druck halten sollen. Sehr gut, gleich vorwärts. Alles in die Mitte. Sollen wir etwas bauen oder hochjagen? Wir haben etwas für das Vaterland angenommen. Hier schwerer MG-Truppen. Unterwegs zur Eroberung. In Bewegung. Wir erobern. So. Ein MG-Trupp erwartet. Jawohl. Wir haben das Ziel. Ja, wir sind unterwegs. Gleich durchlaufen. Das passt. Nächste MG-Trupp. MG-Einheit bereit. In informieren. MG-Trupp erwartet. Gut. Rein ins Gebäude. Gut. Die sichern schon die Mitte. Die sichern schon die Mitte. Jawohl. Brauchen Sie Feuerunterstützung. Ein MG-42-Trupp ist bereit zum Einsatz. Eine Tür finden. MG-Trupp. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Überraschung, die sichern schon die Mitte ansehen. Das mache ich sehr gut. Pionier, Bewegung, Pioniere. Wir sind bereit. Ich kann Ihre Angst nicht. Ich kann Ihre Angst nicht nicht. Das machen. Ich kann Ihre Angst nicht. Wir sind bereit. Kanadiere, schließt die Fronten. Sehr gut. Erwägung. Das Vaterland, der Siegwachsie und ihre Versuch in Eroberung. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Hier schwerer im G-Trupp. Gesichert. Ein Fensterwellen. Infanterie-Trupps wurden mit Blendgranaten ausgestattet. Beeilung, Trupp. Grenadiere. Passt. Grenadiere marschieren. Vorwärts, vorwärts. Bereit. Pionier-Trupp in Bewegung. Produktionserweiterung abgeschlossen. Kleine Fabrik ist im Bau. Grenadiere melden Sie bereit. Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Yes. Er bekommt's. MG's. Da läuft es. Gennadiere bereit. Ja. Und wieder rein. Einer dazu. Und wieder vorwärts Marsch. Mal sehen. Los. Bewerbung. Für den Dienst am Vaterland. Gut für uns. Unsere MG 42 sind eingetroffen. Sie kommen von hinten. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Der hat aber keine Chance. Ziel eliminiert. Oh, ein kleines Fahrzeug. Ein frischer Mörser-Trupp ist eingetroffen. Mörser-Trupp erneut sich. Yes. Rauch zur Panzerverteidigung jetzt verfügbar. 43 Gewehre für Hörausbildung und Erkennungsvermeidung sind jetzt für die gesamte kämpfende Infanterie verfügbar. Alles klar. Einheiten bereit zum Einsatz. Der Feind erobert unser Gebiet. Komm schon, die Pack muss her. Yes. Pioniere erwarten. Und los geht's. Oh. Wir nehmen das an. Los, los, los! Sehr gut. Eine Pack ist bereit für Befehle. Auf geht's Pack. Vorne hin. An die Front. An die Front. Nicht nachlassen. Der Feind hat noch 300 Punkte. Pioniere zu allem bereit. Nehmen Ort ein. Kontakt, Infanterie. Nicht Merkel. Die machen uns fertig. Die machen uns fertig. Die Bewegung. Unter sowjetischen Bischofen. Frank hier sind wir befördert worden. Brücken vor zur Franklinie. Nächste Pack. Hm. Hm. gut du kommst hoch hierher packt euch das straffbataillon doch nicht so schwer sein zurück 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 jawohl schickt die brandposition panzerabwehr steht sehr gut bäm treffer so arbeitskraft muss her treibstoff ist genug für den panzer da es würde gut klarkommen außerdem ist es ja eh gleich geschafft nur schauen das ist vor den russen wenn die mit dem panzer ankommen dass ich auch einen dafür bereit habe was wollen geschossen laden der feind erobert unser gebiet sehr gut panzer 4 passt halbkettenfahrzeug fahrzeug oh nein gut gut mg 42 bereit halbkettenfahrzeug ist eingetroffen halbkettenfahrzeug der sieg ist nah der feind hat nur noch der feind 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 sieht die niederlage schon kommen er hat nur noch 10 Punkte bei die jawohl die die sind Nice. Kleine schnelle Runde. Schönes Spiel. Wertvollste Einheit. Der MG-Trupp Wurst hat das Schaden. 5622. Anzahl getötet 34. Anzahl getötet zwei erlittenen Schaden. 650. Attentäter. MG42 Spezialist. MG42 Zerstörer Spezialist in 14 und 24 Sekunden. Nice. Coole Sache. Hier Kleingedöns. Passt alles. Und dann war es auch das. Der kleine Einstieg gegen die Russen auf schwer. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und ansonsten viel Spaß bei meinen anderen Videos. Dann sage ich hier schon mal Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.